Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Sonntagmorgen, 11.11 Uhr. Ich hatte eine Frage von dem Benutzer Shiba irgendwas gehabt, keine Ahnung wie er heißt, hat aber seinen Namen freundlicherweise unten drunter geschrieben, und zwar der Julian. Der Julian und auch andere User haben mich gefragt, wie bewässerst du eigentlich deine Nesta? Und ich finde das eine ziemlich gute Frage, weil ich mich irgendwie wundere, wieso ich noch nicht in Vergangenheit darüber berichtet habe. Na gut, sei es drum, ich hole das jetzt nach, und ich muss das Video hier in verschiedene Teile schneiden, weil die Nester an verschiedenen Orten sind, und ich möchte jetzt ungern mit euch durch die Wohnung hier latschen. Ja, diese liegende Variante, die ihr jetzt hier seht, die hat zwei Löcher, links und rechts, brauche ich nicht zu zeigen. Da kommt jetzt eben das Wasser rein, mit einer Pipette oder was auch immer, und damit ist die Sache erledigt. Ihr könnt dann also individuell auf der linken oder rechten Seite das Nest befeuchten, gerade für Arten wie die Messoren ist das eben ganz toll, weil ich dann halt eben sagen kann, in dem Nest habe ich einen trockenen und einen feuchten Bereich. Ja, ansonsten, ich gehe jetzt direkt zum nächsten Nest und mache einen kurzen Cut. Bis gleich. Next one. Weiter geht es mit diesem Cubus-Nest. Ihr kennt das bestimmt schon von anderen Videos her. Wo Wasser eingefüllt wird, ist eigentlich relativ unschwer zu erkennen, nämlich eben in diesem Loch hier. Und das hat hier unten noch ein kleines weiteres Loch, dient eben dazu, dass das Wasser ganz langsam nach unten sickern kann. Und hat bisher super funktioniert. Finde ich eine einfache Lösung und, ja, wie gesagt, passt einfach wunderbar. Jetzt sind wir hier bei der liegenden Variante. Das kennt ihr bestimmt auch aus vielen meiner Videos. Und bei dem Nest habe ich mir gedacht, ich probiere mal was ganz anderes. Und zwar habe ich hier einen Einfüllstutzen und in diesem Bereich hier ist in dem Nest eine kleine Kammer eingebracht worden von mir. Und kann dadurch, ja, die Feuchtigkeit relativ gut steuern. Ich habe also nicht nur ein kleines Loch, sondern auch eine relativ große Kammer. Und das Ganze mache ich dann hier mit einer Pipette oder halt hier eben so im Teil, wie auch immer. Ja, ihr seht jetzt, ich fülle jetzt hier mal ein bisschen Wasser rein. So. Und das passt, wie gesagt, auch wunderbar. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das Schöne ist einfach, dass der Wassertank nicht zu sehen ist. Lediglich dieses, in Anführungszeichen, kleine Loch. Und, ja, das passt, wie gesagt, auch sehr gut. Dann haben wir hier noch eine stehende Variante. Hier ist das mit diesem Wassertank eher schlecht möglich. Und ich versuche es mal zu zeigen. Ich gehe vielleicht mal auf die andere Seite. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite von dem stehenden Nest. Und jetzt seht ihr hier einen kleinen Einfüllstutzen, der für Spritzen gedacht ist. Und wie genau das funktioniert, wollte ich euch jetzt zeigen. Ich zeige euch das aber, glaube ich, irgendwie bei einem anderen Nest. Also, bis gleich. Ja, da sind wir wieder bei dem besagten Einfüllstutzen. Und zwar ist das ein Einfüllstutzen von Spritzen. Also, genauer gesagt, eine Kanüle. Und ich habe hierfür so eine Spritze nach einem ISO-Standard, wie das jetzt so schön hier in Deutschland und Co. heißt. Ich versuche das jetzt mal hier so ein bisschen frei raus aus der Kamera irgendwie zu zeigen. Jedenfalls setze ich das Ding nicht nur auf wie eine normale Spritze, sondern drehe das auch zweimal auf. Und damit kann jetzt also kein Wasser mehr irgendwie rausspritzen. Und vor allen Dingen kann auch die Spritze selbst nicht mehr verwackeln. Fülle dann eben nach. Und ja, unterhalb des Nestes ist ein Wassertank eingebracht. Ich mache jetzt die Spritze hier wieder raus. So, und dann kann ich eben individuell die Wassermenge auch von dem Nest steuern. Ja, jetzt habt ihr im Grunde genommen alle Arten von meiner Bewässerung gesehen. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen Einblick hier in meine Nestvarianten gebracht. Und bei Fragen meldet euch doch einfach. Also, macht's gut. Bis dahin. Ciao.